das er ist etwas geht willkommen zurück zu einer Folge von Netzplay Minecraft Winfinity Slash Infinity Sorte Pascal und mit dem Prozent alle schon nachdenken wer mitmachen das ist nicht ja er ist doch richtig nein aber nicht er ist schon recht ich weiß schon aber Hör auf Safe Mates noch Junge das ist eine Strafe dafür gewesen ja genau ok die Binder habe ich jetzt hier ja wieso machst du gegen Glas? 3 Glasbökel sind so viel wert wie ein Leben in Minecraft alles klar alles klar nein ist ja nichts passiert oder? ne ich bin nicht gestorben ich hätte dich auf die pehen können boah oh self me liegt hier geist hast du die Seele fliegt hier weg ja er tanzt einfach auf seinem eigenen Grab yeah don't do what eh 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 ich tanze auf deinem Grab bis dich oh ist mein Grab ich tanze da drauf bitteschön du darfst nicht auf meinem Grab tanzen warte das muss ne scheiße hä 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 wie das verkackt hä was machst du gerade? ach das ist dein das ist dein Spielerkopf oder was? was hä war das gerade ne echte Lache? ich brauche Stein oder ich brauche äh äh also du hast deinen eigenen Kopf ne? ne eigentlich nicht und jetzt schalten wir aber zum Teamspeak auf unsere Namen verstehe ich nicht ich auch nicht aber Jan verstehts oder? ja ja steff mit erzähl mir meine Smetri-Feltern stirbt einfach haha ja und wenn ich durch den Fallschaden sterben würde, würde er deutlich stellen, dass es einfach zu heiß ist und einfach äh krepiert selfmade ich probiere es nämlich nicht was heißt eigentlich dieser äh Begriff dieser japanische oder chinesische was ist das? heisst das? heisst das? ich wollte wissen, ob das selfmade heißt heisst das? heisst das selfmade? heisst das? heisst das? heisst das hast du von mir gegeben? ey pack doch mal zurück alter 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 du pack alles zurück was du genommen hast du kannst das hier haben dann bekommst du mehr XP wenn du Monster tötest echt? ja cool hab ich hat ein Zombie einfach gedroppt keine Ahnung was war lustig hä? hast du jetzt den richtigen Kopf an oder nicht? verdammt ich muss noch ein weiter rein der hat meinen Kopf an achso ok ich will den Müll nicht hauen ich will den Müll nicht hauen ich will den Müll nicht halten ne ey ja kannst du wieder haben also das ist kein Problem es liegt rechts von dir das Schwert kannst der auch reparieren wenn du willst nein danke sie versteht nicht nein was heißt nein suche Definitionen nein Leu meine Schaufel war weg da habe ich mir genau die gleiche nochmal gemacht was ist mir da? und jetzt ist sie einfach jetzt sehe ich sie in der Kiste jetzt habe ich zweimal die beste Schaufel Glückwunsch bisschen gefällt oder? will jemand haben aber die ist die ist ohne ähm die ist ohne so Aachen drauf ja die ist mit Sachen drauf die ist ohne Auto Repair müsste müsste aus was ist denn die? aus was ist denn die? aus Kobalt das ist die beste Spitzhacke grad was ist doch ne Schaufel meine ich ja Schaufel die beste Schaufel ist das also will jemand haben egal von mir aus könnt ihr gerne Selfmade haben da kann es ja mehr gebrauchen als ich eigentlich nicht wieso ist er neu willst du die haben oder nicht? Selfmade äh nein nein Alter wieviel Leben hast denn du? hä? wie kannst du denn nachschauen wieviel Leben ich habe? ja einfach auf den spieler drauf zeigen ja ja bei mir options words highlights dann ich sehe aber nur die Blicke ich habe diesen Mod irgendwie diesen äh Schiesel damn von welchem Mod ist denn das? keine Ahnung hör mal bitte auf hör auf bitte ja ok er ist schon jeden schon du hast schöne Augen dankeschön aber wir schnell die Folge mal um die NM mann 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 Abmahnung direkt was machst du brauchst du noch essen? nein verdammt dann komm ich richtig nicht mehr rein damn som welche freunde ok das ist alles gut so ah egal provisore schlägt das mal dahin ok baller der durch der baller durch ok der baller lacht der baller der freilie der freilie er ist einfach so richtig die schieb über was ich muss was nachschauen ich die weg mache was passiert da was passiert da das was ist halt mit dann geht das da rein richtig ja dann geht das da rein oder es ist sogar halbwegs die Mitte oder 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 geht das 1 2 3 4 5 6 7 8 abgehobene typ das ist aber mein bett und das kann ich dir auch ein bett machen soll ich dir ein bett machen nein danke dann schlafe ich dir nicht in meinem nein 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 das will ich nicht auf jeden das ist deins ok da hat er das schon mal das ist sehr gut dann ist das schon mal mit einer verbunden das ist die frage braucht der sturm ich glaube ich glaube nicht ok dann kommt da das ME der ME zellkern hin 4% ok 7% wo ich trotz hat dann muss ich gucken dass wir eben ein chunk oder mache dann müsste ich auch noch mal kurz ob sie die hier ein bisschen fahren gehen Pascal 8S gemütet mit ich könnte da ein bisschen ein Aufzug jetzt nehmen und dann runterzubauen runterzufahren fast stand komplett bis nach unten aber nicht das ist erstmal so ok jetzt müsste ich aber hier nochmal eine Fackel aufstellen so suche ich jetzt nach nach Höhle meine Mutter kommt einfach rein und meint so ich hab dir gerade Panzerglas fürs iPhone bestellt hä wie wie Panzerglas das hat mir Panzerglas einfach für vorne drauf machen schutzfolie schutzfolie das gibt es ne 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 nicht schutzfolie sondern einfach das glas was da drauf ist als Panzerglas das gibt es als schutzfolie als schutzfolie ja dann halt als schutzfolie keine ahnung irgendwie 20 30 Euro keine ahnung alter meine Mutter kommt auch rein wir haben hier gerade wir haben hier gerade Dings Panzerglas einfach bestellt und da habe ich gedacht ok ich sag nichts klingt nice also wo finde ich die Handyhöhlen auf Amazon und ja Computer und Zubehörer aber ich würde den iPhone ohne Schutzhöhle besser irgendwie ja aber iPhone 6 wenn du es dann länger hältst teilweise ist es unangenehm ha 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 mhm kritisch iPhone ich finde es geil habe ich gerade 6 gesagt ich meine 5 iPhone 4s ich habe 5s selber 6 diese Hülle ist scheiße die möchte ich gar nicht haben danke aber iPhone 5c jetzt äh ja aber finde es einfach sieht scheiße aus ja es sieht so scheiße aus hat überhaupt nichts von iPhone ist halt nur äh ich finde es halt nur was was halt sehr gut daran ist ist äh das ist schlichtweg äh einfach ganz gut in Hand nicht ja ähm das mag ich ja ich weiß nicht boah der Thörner Alter hahaha 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 so was ich gerade auf dir mache haha äh äh unangenehm unangenehm äh neuer YouTube Channel ach da braucht ihr ja ein Enchantment Hilfe hey Leute ach weil meine Spitzhacke Autosmeld hat deswegen brennst du wenn ich dich damit schlage wie viel Schaden hast du bekommen Alter ich hab vier Herzen äh ja ich hab zwar viele Herzen aber ich hab immer noch kein Dings keine Rüstung ja ach so Pascal ich suchte mal in äh in der Höhle raus als ein persönlicher äh persönlicher Berater das das ist nett ja Alina will ich ja für sich nicht unbedingt auskleber so ich hatte doch davon nicht oder hahaha er was dann für ein Trojaner oder ne Römer boah war der schlecht machst du dir grad nen Junkler oder? anscheinend ja doch ja natürlich immer werde ich von ihm angelogen das finde ich immer richtig negativ das ist sehr gut das kann ich auch eine gute ich hab ja ich hab ja ich hab ja ich glaub ich weiß nicht ich hab ja ich hab ja ich hab ja also Meter Quatsch jetzt Obst Obst das ist durchgeschmolzen was kann ich guck mal ja so gut wie das kann man zählen lassen so lass ich mal so Moment guck sofort um äh ich hab ja viel machen so man muss noch ein Stückchen größer stellen das Ding hier ich hätte jetzt gedacht dass du mir eine andere Gipfel zeigst dass der auch oben ist das Becken lädt wenn die Höhle hat von 4 4 15 Prozent an die Dinger schon okay kann man auf jeden Fall schon fast zu lassen um 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 was ist das was machst du selbst mehr um 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 Oh di die B das wird es zu erledigen Papal ist einfach mit alles hat nur wasser gemeint uns einfach nur was was weiß ich was ihren Nähnlich an sondern zettel ich muss nichts klar ich bin mit Schocken das nicht geklaut aber bis jetzt immer nicht zu büren außerhalb eines Rundlichen getötet habe und zu ihm so geht das jetzt nicht siehst du eigentlich mein cape jane ja ist ein drache kann sein als einzigste irgendwie kein Prozent Kai Optifine drin ab ja er ist ja ja das kann sein ich glaube so langsam auch Moment nur das denn sonst gehen hier ist doch ach so das ach so jeder aktiv oder nicht aktiv okay tschau es gibt immer noch nicht tief ach ich brauche ach so ich brauche weiter Tschüss ich sehe den ein Schilden gepackt oder was für den ME Drive, den habe ich jetzt fertig den hätte ich ja auch schon so und dann kommen wir da passen sogar zehn stücke rein ja wo kommt die Energie dran ich glaube dafür brauchst du nicht mehr eine Quelle doch braucht man oder ich glaube für der drive selber nicht okay das ist positiv und die me chest brauche ich die auch ich glaube ich wüsste nicht wofür interfaces brauche ich aber jetzt bräuchte ein stick hallo kommt drauf an weiß ich nicht ob du das brauchst ja wozu ist die interface weil ich will ja darüber auch später kraften können ja dafür brauchst du interface aber nicht unbedingt ich glaube das muss ich denn dafür brauche ich denn dafür ist also das wichtigste sind drei von den controller ja eigentlich nur sich erst erst mal alles zu bauen und dann den rest wir müssen halt warten ich hoffe sie sind jetzt von denen sie nicht wenn ich kann trotzdem noch zugreifen sie haben wieder beschissen aus da zu viele m e glas kipps gemacht glaube ich m e glas kubas kipps oder diese kabel oder wie das heißt so eine ahnung davon kannst du nicht mal der schweif als amt die ist immer wieder brauchen kühlt ist immer klar aus okay das mietermin der furcht schon mal geil sieht schon mal gut aus wie das auf jeden fall eingepackt ist kipps und dann kann das eigentlich weg das müssten wir eigentlich nicht gebrauchen müssen tun haben tun tun richtig ja auf die christmas müssen wir jetzt warten das müssen wir morgen machen kreis so man ich frag mich wie das machen willst du nicht auf dem server spielt der single player wird da steht es einfach vier stunden afk rum oder was ja aber auf der single player welt ja nicht ja das müsste man ja machen das ist ja übelst der schwachsinn eigentlich dann ja vier stunden ist wirklich schwachsinnig eine stunde eine stunde hätte es auch getan machst du dann dieses teil was das dann schneller macht das sind der macht was schneller äh diese Moment mal du brauchst ja wirst du nein nein du brauchst ja ähm crystal grow accelerator ja dafür brauchst du aber erstmal die anderen sachen ja 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 machst du das aber ja brauchst was willst du denn sonst anderes machen weiß ich nicht ich mach mir keinen jahr äh ich weiß was die Flügel right das kannst dir einfach auch einfach machen es war richtig easy Easy Me Security Terminal brauche ich nicht Nee, nee, brauche ich nicht Ja, eigentlich ist die Folge schon lange vorbei Aber Ich möchte jetzt gerne Mein Zeugs in dieser Folge zu Ende craften Mach das Das ist erlang Erlang Okay, das sind vier Stück Und ich habe Wireless Recheaver Receiver Meine ich ja Ich mach mir ja später diese Ähm Ähm Me Terminal als Flachteil, oder? Äh Was? Weil es gibt ja die Blöcke, mit denen du das Klaufen kannst und diese flachen Dinger, oder nicht? Ich glaub du brauchst später Ich weiß nicht ganz genau, was du meinst Aber Was ich denke, was du meinst Ähm Brauchst du denkmal beides, sonst willst du ja nicht da sein Nö Das sieht verdämmt gut aus, gerade hier was ich mache Was du gerade? Ähm Ähm Ja, das war diese Folge noch eben, das schaff ich noch Machst du eine Warte, hallo Ja, wir müssen uns sehen Ganz ehrlich, so kann ich auch wegmachen, das auch nicht schneller, ja, die Jungle habe ich ja schon längst Machst du auch von welchem Mod machst du was? Von Industrial Craft Ah, okay Habe ich So eine Vorrichtung schon Äh, nein Ganz eher 100% Mono Okay, das geht ja noch Mal schauen, egal, mach mal eine 20 Minuten Folge mal heute Wo haben wir denn angefangen 22.16, jetzt haben wir 39 Oh Ja, mein Gott, ist egal Mach mal dann eine längere Folge Sagen, es hilft mir doch ein bisschen Bisschen mehr dann Äh, spielen Auf Äh, offline Ja Mach dir doch einen Sound-Mute-Block hier hin Wieso? Ja, weil dieses Stört doch die ganze Ich höre gar nichts Hä? Der Generator macht die ganze Bei mir Das ist ein Strohhalm Crank Was macht die Crank? Was macht die Crank, Jan? Brauch ich kann fliegen Ja, hast du einen Jetpack oder was? Schlecht Was die Crank macht Ja Ich mach dich Crankenhaus Und dreht das einfach Das Zertus Quads macht das dann Da drinne Zu Also Zu Das Achso, das Grinst Ja Ja Dreh Oh, ups Hab ich das abgebaut? Äh, ja Wenn du zu oft rechst, klick macht Wenn nicht drin ist, bricht's ab Ist aber egal, ich brauch's eh nicht mehr Hey, die Generator macht die ganze Brrrrrr Oder ist das was anderes? Ich höre den gar nicht Der ist es nicht Ach, diese, diese Kabel hast du dir gemacht Was machen die dann? Ach, das ist M-E Drive Ah, du hast dich schon so eine KM-E-Storage gemacht? Ja Okay M-E Terminal, wie sagst du das M-E Terminal schon? Wieso nicht? Hä? Moment mal Hey, das geht ja schon Der Controller geht noch nicht Der Controller geht noch nicht Stimmt ja Ja, dann mach ich mir das Terminal und dann noch so eine K-Storage Das war's an dieser Stelle auch für diese Folge Bis zum nächsten Mal wieder Viel Spaß Tschüss Tschüss